Das hat man erst im 1926 zugelassen in Graubünden. Schon die ganze Welt fuhr mit dem Automobil, aber bei uns musste man auf der Kantonsgrenze den Motor abschalten, die Pferde vorne hin und her binden und das Auto durch den Kanton ziehen. Das ist eigentlich reich verzeichnend. Hier auf dieser Alb hat es vier Hauptfiguren. Wir haben den Schön der Hierarchina, wir haben den Zen, dann den Zu-Zen, das ist sein Hilfssheriff, dann haben wir den Kurherd und den Schweineherd. Jetzt will ich mal zeigen, was ich lese. Also wenn ich zwischendurch eine Passage auf rettomanisch lese, nicht erschrecken, ich habe gestern Abend schon gesagt, es tut nicht weh. Aus den Kuhschwänzen könnte man Perücken machen, aus den Kuhzähnen Knöpfe und aus der Kuhhaut Lederjacken, aus den Eutern Salben gegen das Alter und aus den Hörnern Flaschenöpfen, aus den Eutern zudem Edelhandschuhe und aus den Zungen Handtaschen, aus den Klauen Schuhlöffel und aus dem Rest Futtermehl für die Schweine. Aus den Kuhschwästen, die Wacken, die Wacken, die Wacken, aus den Perücken, aus den Dänzen, die Wacken Uffs, aus den Pialiakken, die Kurhom, aus den Zivern, die Zitrugen, die Kontraue der Wege Dettchen, aus den Korn, die Hörnern, die Botele, aus den Zivern, die Wacken, die Wacken, die Wacken, aus den Nöbeln, die Leunges Kastchen, die Meun, aus den Griffen, die Schaduns, die Kölzäge, und das hat auch den Rest Puerle Pilzbachs.